Ja sauber, das wird ein Spaß am Wochenende. Neues Event in Hero Zero und damit geht es weit aus der Welt von HZS12. Diesmal ein garantierter Begleiter, wenn man möchte. Glaube ich zumindest. Du kannst dabei einen der drei Gegenstände auswählen. Entweder Random Epic oder Random Epic oder Slimer. Und ich glaube, ich werde Slimer nehmen, denn ein epischer Begleiter ist immer ganz nett. 10 Fähigkeitspunkte gibt es extra und 5 Donuts. Man muss allerdings alle Fähigkeiten, alle Aufgaben rechtzeitig, wie es hier dran steht, erledigen. Erstmal das hier schließen, denn das Menü habe ich leider auf Server 12 schon weggeklickt, weil ich ja questen wollte. Who are you gonna call? 4 Tage, 12 Stunden. So lange läuft das Event. Was muss man machen? Bei Random Missionen hier Geisterfallen finden. Sollte man schaffen. Zur Not muss man am letzten Tag oder so danach Ausschau halten und auch schlechtere Missionen annehmen. 30 Mal trainieren. Das ist gleich erledigt hier. Das werde ich heute noch schaffen. Dann, und warum gibt das so viele Erfahrungspunkte? Fast 48.000 für den Stay Puft Marshmallow Man Schurken. Ja, die Quest ist in Ordnung. 1.000 pro Minute. So, ja, den Schurken muss man einmal angreifen, sodass er auch stirbt. Dann hier Random Quest Items finden. PKE Meter. Und Ersatzakkus. Das heißt, relativ viele Items, die man hier suchen muss. Dafür kann man, sollte diese Quest dann zu Ende sein, Hero Air verwenden. Und da sieht man, in welcher Zone befindet sich gerade so ein Event Item. Ist ganz nett. 5 kostenlose Donuts, 10 Fähigkeitspunkte. Und dieser Begleiter, den will ich haben. So. Helden-Notrufe habe ich in Epik bekommen. Plus 44. Mal schauen, ob das auch besser ist als mein aktuelles Epik. Dann. Was habe ich hier gemacht? Dun-dun-dun. Helden-Ausbildung. Irgendwelche Missionen erledigt. Zeitquests erledigt. Vier Ligakämpfe habe ich natürlich auch schon bestritten. Dann. Wurfwaffeneinsetzen. Das habe ich spätestens nach dem Teamkampf heute. Drei Hinweise gefunden. Oh, der Omang ist eventuell gut. Mal schauen. Und sieben Zeitquests abschließen. Man merkt, ich habe schon sehr viel Alu heute gemacht. Alu, Abenteuerlust. Wahrscheinlich Abenteuerlust in Hero Zero. Ich meine Energie. Aber erst zwei Zeitmissionen. Hier, nächstes Training, Intuition. Sauber. Jetzt sehe ich mir mal die Items an. Das war eine einfache Mission. Die sollte ich auch so packen. Was habe ich da Schönes bekommen? Numero Uno minus 13 plus 6. Kann man das mal machen? Ja, ich glaube schon. Das sollte so machbar sein. Und der Rest kommt in die Tonne. Neue Ware ranholen. Es gibt auch... Moment, sind die hier dabei? Oder... Nö, weil Purges Nacht, da war auch irgend so eine Nachricht. Die aufgeploppt ist. Allerdings jetzt auf S2 nicht. Nur auf dem Server hier. Na egal, auf jeden Fall. Was gab es da? Wurfwaffen, die leider nicht besser sind. Lohnt sich also nicht, die zu kaufen. Ist das ein Condi-Teil? Was sagt mein aktueller Umhang? Nichts, weil er kann nicht sprechen. Aber nö, ist nicht besser. Hier eventuell. Gaget. Ein Inspektor Gaget. Jo, gönnt man sich mal plus 80 Condi. Ich habe gestern Nacht vergessen, mich umzuziehen. Und bin deshalb in der Liga ein bisschen gefallen. Aber das macht nichts. Solange ich in der Champions League bleibe, ist, glaube ich, alles in Ordnung. So. Dann schaue ich da auch direkt mal vorbei. Je nachdem, welche Gegner bekomme ich da. Plus 22. Oh, und ich habe nur 617 Sets mehr. Hier plus 8. Plus. Ja, da gönne ich mir aber mal die Herausforderung gegen Syntax, würde ich sagen. Jo, doch. Macht man, oder? Ein bisschen was kann ich noch verskillen, wenn sich das Zahnrädchen mal drehen würde. Bei Intuition habe ich jetzt die 5K geknackt. Sauber. Alle haben immer gelacht. Chilling, warum hast du so miese Stats? Jetzt bin ich in der Champions League und habe nicht mehr so miese Stats. Es ist zwar noch immer Gewöhnungs-, nein, Verbesserungswürdig, aber hier nach Stufe sortieren. Nein, ich will es gar nicht tun. Dann bin ich wieder traurig. Elisa. Oh. Ach, okay. Warum muss ich gerade dich erwischen? Minus 2000. Geilo Chris. Oh, plus 872 Schilling. Was ist denn los mit dir? Und das, obwohl du ein Dreier-Set hast, du kleiner Schlingel. Nö, aber ich denke, ich bin ganz gut dabei. Es gibt natürlich Sweet Harmony. Ganz krasse Beispiele. Minus 3,5K. Heiei, heiei, aber es gefällt mir vor allem, was sehe ich denn hier? Level 264, Rang 23 vom Level her. Schön, schön, schön. Das liegt daran, weil wir in dieser Woche hier drei Energietrophäen haben. Und genau, Wochenturnier. Platz Nummero 6, aber für heute habe ich noch nicht viel gemacht. Es ist Wochenende und da klicken viele schon nach 24 Uhr. Jetzt wollte ich aber mal Syntex angreifen. Plus 788. Schauen wir mal. Man kann ja auch ein paar Mal verlieren. Das macht ja nichts. Aber eine Herausforderung darf es auch sein. Oder? Oh. Bist du im Condi? Sehe ich das richtig? Oder zumindest irgendwie nicht ganz, aber doch. Oder keine Ahnung. Aber normalerweise im Condi hat man keine... Ach, stimmt. Mann, ich bin dumm. Im Condi hat man kein Level 30er-Pad. Es gibt wieder die Gamble City Arena, wollte ich sagen. Aber das Casino, das wollte ich heute machen. Hm, Schilling. Vergesslicher Schilling. Dann greife ich den Raketenboy an. So. Oh, das Champions-Set, das sieht schon genial aus. Acht Jetons? Bekommt man da so viele bei der Liga? Oder habe ich gerade Glück? Plus 17. Da wirst du angegriffen. Gib mir nochmal Jetons. Jetons. Nö, schade. Das war einfach nur Glück. Zum Shop wegen Wurfwaff. Oh. Oh. Oh, was war das für eine Mission, die ich da gerade angenommen habe? Was war das in der Leichte? Huh. Gerade noch so rechtzeitig. Wusste ich jetzt nicht mehr. Und die Wurfwaffen rein. Dann, dann, dann. Habe ich hier noch was? Na ja, es wird schon langsam eng hier. Kaum noch Wurfwaffen am Start. Mal schauen. Doch, das war eine... Nein, das war eine mittlere Mission. Was gibt es hier noch? Die nehme ich aber jetzt nicht an, denn ich möchte gleich ins Casino schauen. Vorher aber noch. Äh, sorry. Kurzer Cut. Wo war ich? Ich weiß es nicht. Es ist 11 Uhr 47 und da läutet mein Wecker. Wegen dem Umziehen für Teamkämpfe. So sieht es aus im Schneckenhaus. So. Ich war bei der Liga. Genau. Da kann ich noch einen Angriff machen. Plus 17. Plus 19. Joa, gönne ich mir mal den Mentalist, obwohl es da nicht so rosig aussieht. Schauen wir mal. Oh, Level 20er Begleiter, aber der fängt richtig hart an hier mit einem fetten Treffer. Uh, vielleicht habe ich mich da zu weit aus dem Fenster gelehnt. Hei, hei, hei. Und dann weicht er aus bei 2%. Weicht er aus bei 2%. Dankeschön. Sehr schön auf jeden Fall. Und es freut mich, gestern hatte ich zweimal blau. Also zwei Leute aus dem eigenen Team und ein Angriff minus 2000 Stats. Ich freue mich, dass die Gegner so toll ausgewählt werden. Hm, naja, egal. Ich bin hier vierstellig. Das wird so nicht bleiben. Macht aber nichts. Ich muss nur allgemein in der Liga hier mich befinden. Dann passt alles. Ich bleibe mal so von den Stats her. Denn gleich ist Teamkampf. Ich rüste allerdings Teamston aus. Das passt. Döndöden. Nochmal hier skillen. Und dann schaue ich ins Casino. Hat jemand 100 Energie gewonnen? Das gibt es ja wohl nicht. Insgesamt 30 Mal. Kann man hier pro Tag setzen. Einmal ist kostenlos und alternativ holt man sich Shetons bei Duellen, bei Liga-Kämpfen oder bei Missionen. Aber allzu viel kommt da nicht dabei rum. Deshalb muss man auch ein bisschen 4 Trainings halten. Dankeschön. Deshalb muss man auch ein bisschen mit Donuts nachhelfen. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass man 30 Mal drehen kann, nur durch das Sammeln von Shetons. Aber da kann man mich gerne eines Besseren belehren. So, genau. Wenn drei unterschiedliche kommen, bekommt man meistens Erfahrung. Uh, Begleiter Barry. Stimmt, es gibt ja die ganzen Begleiter hier im Casino. Die von damals und diese und jene. Und hast du nicht gesehen, obwohl 100 Energie auch nicht so verkehrt wären. Beziehungsweise der Trainingseinheiten-Checkport. Hier 40. Wow, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind 20 Grundfähigkeiten, die der da einfach so bekommen hat. Das ist heftig. Das ist heftig. 40 Trainingseinheiten. Nehme ich gerne. Schick mal rüber. Ein paar davon. 20 Fähigkeitspunkte sind natürlich noch besser. Da muss man nichts tun für die Skills. Erfahrungspunkte. Moment mal, mir fällt gerade ein. Ich habe noch ein paar Minuten. Da kann ich den Watson nehmen. Denn der sollte auch leveln, oder? Wenn ich hier XP bekomme, levelt dann der Begleiter. Oh. Oh. Was war denn das jetzt? Ich rüste Watson aus. Und plötzlich kommt ein Oscar daher. And the Oscar goes to. Okay, der war schlecht. Der war richtig schlecht. Genial. Abgefangen. Bodyguard. Doppelt hält besser. Egal, ob ich den verwende oder nicht. 140.000 Münzen sind es. Aber den werde ich verwenden. Zum hochleveln. Für die Heldentat. Und so weiter und so fort. Genial. Ge-ge-ge-genial. Schön. Dankeschön, Oscar. Viel... Äh, Watson meine ich natürlich. Dankeschön, Watson. Ja, Watson da los. Kann man nur sagen. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Was ich schaffe... Oh, was ist da jetzt los? Ach so, ich dachte, das ist was richtig heftig. Oh, das ist richtig heftig. Warum haben die Teile plus 71? Wie krass ist das denn? Die sind relativ aktuell, die Schuhe aus dem Sondereinsatz. Plus 71. Genial. Ja, heftig. Schön, danke. Also, was ich ein bisschen schade finde. Während der Zeit im Gamble City Casino kann man keine Missionen erledigen. Das ist ärgerlich. Aber was soll's. Da muss man durch. Fähigkeitspunkte. Sauber. Das ist schön, das ist schön. So kann's gerne. Das ist ein 29er, sehe ich hier gerade. Ein 29er bekommt einen der Jackpots. Und hat er jetzt auch Erfahrungspunkte bekommen? Noch 191. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht gesehen. Schauen wir mal. Münzen. Ja, das sind so wenige. Da müsste ich 10 mal Münzen gewinnen, um einen Skillpunkt hoch zu pushen. Erfahrungspunkte. Und jetzt Achtung. 191. 167. Ja, der Begleiter levelt natürlich mit. Das heißt, nicht unbedingt einen Level 30er ausrüsten. Dann Münzen. Wie oft kann ich noch drehen? Noch 13 Mal? Das Drehen dauert irgendwie so lange. Die Animation ist heftig. Moment. Training. Intuition. Ich will ein bisschen häufiger. Okay. Der erzählt jetzt, wie lange genau. Warum steht das nicht dran? Und nochmal. Doppelt gemoppelt. Ne Quatsch. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt doppelt so lange bekommen habe. Hält bis zum 4.5. Ich weiß natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange der Booster hält, den ich gewonnen habe. Weil ich nicht weiß, wann meiner normalerweise abgelaufen wäre. Ich schätze mal, die Dauer beträgt einen Tag von dem Casino hier. Aber kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Mit Level 52 diese XP gewinne. Komm schon. Das wäre so knapp gewesen. Dann hätte ich 40 oder so bekommen. Mann, 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 Mann. Och. Das wäre schön gewesen. Aber ich habe eigentlich schon einmal den Jackpot bekommen. Und zwar 3 Mal dieses Paket. Ist ja auch ein Jackpot irgendwie. Wenn man da ein nettes Item bekommt. Nö. Erfahrung. Noch 6 Mal. Da hole ich mir 2 Begleiter. Einmal die 100 Energie. Und dann bin ich aufgewacht. Und die Hose war leider nass. Kann man nichts machen. Wird der noch im Level steigen können? Nochmal XP. Ja, damit. 92 noch. Wird sich wahrscheinlich nicht ausge... Mein Name steht hier. Spieletrend hat im Casino gewonnen. Mama, ich bin im Fernsehen. Wow. Yo, was ist los? Ich habe hier 2 Mal den Jackpot abgeräumt. What? Is this real life? Ich glaube schon irgendwie. Ich bin ja fetzig. Äh, Moment mal. Nö, Quatsch. Heute ist Wochenende. Das packen wir, oder? Nein, gerade am Wochenende ist das immer knapp. Ich weiß jetzt schon, wenn ich den nicht sofort einlöse, dann geht das unter. Bidu-Boot, ich löse es jetzt ein. Das machen wir. Hier, 141 habe ich wieder. Jetzt muss ich aber dann schnell questen. Denn ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir eine Trophäe... Sollten wir Energie verlieren? Speichert sich das dann? Oder habe ich dann zum Beispiel 140? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Kann ich noch drehen? Jetzt müsste mein Name hier rein theoretisch 2 Mal stehen. Ich bin ein richtiger Glückspilz. Es läuft so hart auf Server 12. Es rennt. Es läuft nicht nur, es rennt. Es sprintet. Es user-in-boltet. Das ist krass. Ich finde es genial. Ich finde es einfach nur genial. Das ist aber wenig. Tigerente mit Level 250 bekommt auch 4 KXP. Und das steht hier als Jackpot. Ist ein bisschen weniger. Und das letzte Mal noch einen Jackpot abstauben. Nein, Quatsch, oder? Jo, Quatsch mit Soße, aber ein paar Münzen. Dann würde ich sagen, muss ich jetzt noch flott hier eine Mission erledigen. Und den Teamsen ausrüsten. Jo, sollte noch drin sein. Vor dem Teamkampf. Was ist hier? Ach, wegen den Wurfwaffen abholen. Ja, sauber. Das war mal eine mehr als gelungene Folge. Und auch ein gelungener Besuch im Gamble City Casino. Zweimal den Jackpot abgeräumt. Cool. Mehr als genial. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke fürs Glückbringen anscheinend. Und ich würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spielezwein.